Halt, Stopp! Schnauze da! What's up everyone? Es geht weiter mit 2D-Kraft Ich hab einen Zaun. Na egal. Ähm, ja, hallo, willkommen zurück zu 2D-Kraft, willkommen zurück zu 2D-Kraft und ja, so, okay Ähm, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Genau, hier sind wir stehen geblieben. Wir haben keine Leitern mehr gehabt, glaube ich. Ja, wir haben keine Leitern mehr gehabt und sind gerade hier dabei gewesen, unseren hässlichen Turm zu bauen. Ich denke mal, es geht nur eine ganze Weile nach oben und ähm in den Kommentaren hat mir jemand geschrieben ich sollte doch mal von Mario, also ihr kennt bestimmt das alte, gute Mario in 2D wo ihr die Koopas und die Goombas zerstören müsst und am Ende gibt's ja so ein, äh, so ein so ein Zieldingen und das möchte ich einfach mal nachbauen. Ähm, guck ich da, ich mach noch mal gleich ein Video und guck mir das mal an, wie das ausgesehen hat. Da haben wir noch unseren Hund. Leute, warum ist der groß? Der Baum! Warum ist der so groß? Ich komm nicht an die Schranen! Doch komm ich. Oh ja, okay. Ich baue erstmal ein paar Zäune. Mir hat doch jemand in den Kommentaren geschrieben. Simi, du Hong, du hast, du kannst es natürlich, äh, auch, äh, anders bauen. Das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt ist die Scheiße aber runtergeflogen. Und ich hab mich, glaub ich, in meinen Skin verliebt. Ich weiß nicht, warum. Ich find ihn einfach richtig geil und er passt zu mir. Ah, Mann! Irgendwie so, so, irgendwie so... Nein! Oh, irgendwie so... Klappt das doch! Komm, geh kaputt! Bitte! Bitte! Meine Brille rutscht! Los! Alter! Ey, du kackst mir schon wieder an! Halt, stopp! Sauber, okay. Ja, wie mach ich denn das jetzt? Hör mal, das geht irgendwie gar nicht. Vielleicht passt das ja, wenn wir einen Block drauf platzieren hier. Und, ähm... Jetzt hier die Druckplatte machen. Ja, das geht sogar! Awesome! Ich bin so genial! Ich bin einfach der Beste, den es gibt. Nö, nicht. Aber es hat funktioniert. Yeah! Nein! Verdammte Scheiße! Hä? Hä? Ich will den Blocken aber nicht stehen lassen. Es ist doch Müll. Oh! Äh, 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 äh. Die Leute, hab ich eigentlich die Musik. Die kann man doch eigentlich anlassen, finde ich. So, jetzt wähl den Block aus. Ja, aber ein bisschen leiser vielleicht. Okay. Ich will den Block aber wegmachen. Ja, toll. Jetzt hab ich hier so einen scheiß Block stehen. Das will ich ja jetzt auch nicht, Leute. Ne, tut mir leid. Alter, muss ich... Ich muss das irgendwie machen. Ja, das geht nur so. Das... Das geht nur so. Ist ja scheiße. Naja. Was soll's. Kannst du da drauf vielleicht noch irgendwas bauen? Wisst ihr, was ich gut finde? Hupala. Ups, ne, geht nicht. Ich find's ja eigentlich ganz gut, dass wir jetzt sicher von den Monstern sind. Weil wir haben jetzt ja hier... Ne, die kommen auch nicht mehr so durch. Das, das find ich eigentlich ganz gut. Außer die spinnen vielleicht. Kann ich vielleicht mit fackeln? Ich hab gar keine Fackeln mehr. Komm, geht mal weg hier. Ich kann euch jetzt ordentlich verkloppen. Einfach hier stehen bleiben, rumcampen. Ein paar Leute fisten. Boah, riecht's voll nach Ketchup. Ich hab gerade Bock, Würste gegessen. Na, okay. Dann lass ich euch mal. Ähm... Wir brauchen jetzt... Hey! Hä? Was machst du denn hier drin? Nein! Ist mich verarscht ein bisschen reingekommen. Ja, wahrscheinlich, weil's hier zu dunkel ist. Ja, genau. Oh, du bist so ein Kack, Noob, Simon. Ganz ehrlich. Wir brauchen jetzt noch mehr Leitern. Das heißt... Stickisch. Na komm. Und jetzt brauche ich einfach mal noch ein paar Leitern. Und das 2D-Craft-LP geht auch nicht mehr allzu lange, Leute. Also, mehr als 20 Folgen... Weiß ich nicht. Würde's, denke ich mal, nicht geben. Weil einfach... Ähm... Du weißt, der Mod dann gezeigt hat. Und weil er dann... Äh... Weil er dann ausgelutscht ist, sag ich einfach mal. Ähm... Scheiße. Ja, jetzt verpisst er dich. Ja, jetzt gehst du weg, ne? Geht's an einen Omi und hol dich da aus. So kackt, Zombie. Ja, ähm... Upsala, hey, wie hab ich dich jetzt hier platziert? Lol. Ja, ähm... Dann kommt dann ein neuer Minecraft-Mod. Der dann auch besser wird als 2D-Craft. Ne? So, jetzt muss ich aber mal gucken, wie groß sind die denn jetzt hier? 1, 2, 3. Das heißt... Hier kommt dann... So. Hab ich denn überhaupt... Ist das auf hell? Ja, es ist auf hell. Geil. Upsala. Okay. Nicht schön, aber naja. Ich mag die Minecraft-Musik. Die... Früher kamen die auch, äh... Relativ... Weniger, ne? Jetzt, äh... Kommt die schon öfters. Also... Doch, doch. Wie hoch geht's denn noch? Okay, nicht mal allzu hoch. Autsch. 1, 2, 3. Und hier. Oder? Yes, okay. Awesome. Ich glaub, ich hoffe mal, das reicht. Sogar 1, 2, 3. Und hier oben wieder... Ja. Das müsste eigentlich schon so gehen. Ich glaub, es leckt grad ein bisschen, weil Avira im Hintergrund irgendwas macht. Du scheiß... Virenschutz... Virenschutz... Brütschschutz. Wer Alexander Seitz kennt, der ist awesome. Jetzt geh dir mal weg, du. Und da kannst du da drinnen hocken. Geh, kann ich wenigstens über dir drüber laufen. Den... Doch nicht. Ah, was machst du, Nia? Ich bin doch nicht sicher. Vergiss, was ich am Anfang des Partes gesagt hab. Was stehst du unter dem Baum? Du Baum-Zombie. Geh weg. Ich brauch mehr Fackeln. Ich brauch mehr Fackeln. Ich brauch... mehr Fackeln. Hab ich denn noch... Wir haben gar keine Kohle mehr. Kann das sein? Alter! Halt! Stopp! Schnauze da! Oh, die brechen mir noch die ganze Tür auf, ey. Die halunken. So. Wir haben auf jeden Fall noch Kohle. Ich mach mir erstmal ein paar Fackeln, damit das erstmal ja sicher ist, ey. Das ist ja... Das ist richtig scheiße mit den blöden Zombies hier. 20 müssten erstmal reichen. Mann, ist das ruhig hier. Wär schon wieder ein Zombie. So, sauber. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Licht. Jetzt geh ich einfach mal weiter. Hier können wir auch nochmal ein bisschen Licht gebrauchen. Hier setz ich einfach mal auch nochmal... Ah! Das was ist offen! Ah! Nein! 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 Ah! Ehh! 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 Ah! Ich könnte schon der Durchfall bekommen. Ah! Ja, Leute, ich weiß nicht, ich bin verrückt und dumm. Och, wo ist mein Tor hin? Ja, habe ich denn noch irgendwo ein Tor? Ist das kaputt gegangen? Gerade wo es zu war, bombt das Scheiß, die sich schon in die Luft. Ich kriege ein zu viel. Ne, da war das Tor, oder? Gib doch mal her, hier. Hallo? Gib mir das Tor! So, ein Müll. Ich habe kein Tor mehr und ich kann so nicht einsetzen. Ach so, weil... Ach so! Müll! Scheiße, Leute! Nein! Oh, Avira hat sich erstmal geöffnet. Geh mal wieder in deine Ecke. Aha! Nein, wie, das kann ich das gleiche. Moment, Moment! Wo bist du? Tor! Tor! Tor, ich hab's, oder? Ja, geil! Wow Wow Jaw, genau Geht weg, geht weg Geht weg Ah Nein, nein Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Okay,터� 2009, 2009 Skelet floor Autsch! Kann ich auch! Aha! Jetzt zieht sich hier eine Fackel hin. Dann ist auch gut. Einer hab ich gesagt. Oh, das ist mal wieder eine Nacht gewesen, du. Hallo, kannst du der Tor... Könntest du das auch hier mal hinstellen? Hier. Danke. Perfekt. Ist das ne Scheiße. Oh, warte mal, was macht ihr alle hier drin? Hier ist genug, es leuchtet alles. Was stelle macht ihr hier drin? Ich baue jetzt oben ein Dach. Und beleuchte das. Denn so geht das nicht weiter. Äh, äh, oh, oh, oh. Kleiner Gang! Hund! Fass! Fass! Beiß ihn in den Arsch! Sauber! Sauber! Okay, ist tot. Ist dat ne behinderte Wurst? Ha, wow! Ich hab noch zwei Treppen. Kannst du mir ein Eis verbacken? Moment mal. Ne. Hm. Autsch. Ha. Ja! Hier. Gut. Ich hab' ich noch genügend Holz. Ja, ich hab' mir nur eine Tür zugebaut. Wow! Ähm, ganz so viel Holz haben wir nicht mehr. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch, ähm, ein bisschen Holz für Leitern. Aber ich will nicht, ich will keine dunklen Leitern haben. Ich will ganz normale Stickys haben. Perfekt. Jetzt brauche ich mir erstmal noch ein paar Leitern. Allzu viele brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Lol, ich hab' dunklere. Das sind dunklere, ne? Sind das dunklere? Wehe! Okay, 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 okay. Nö, haha. Sind die gleichen. Okay. Ja. Äh, hier brauche ich, denke ich mal, dann keine Leitern mehr. Jetzt muss ich die erstmal irgendwie wegbekommen. Aha! Nein! Oho! Oho! Okay. Hä? Nein? So? Okay. Äh, jetzt muss ich schon wissen, was ich da einrichte oder so. Oder ob ich da oben einfach so ein Aussichtskacke mache. Doch, doch, dann geht's noch weiter höher. Und dann wird's einfach so ein Aussichtsturm. Upsala! Da wollte ich jetzt nichts hinbauen. Oh, schluck auf. Ähm. Okay. Ich mag das Text, Jeppek. Das ist so, so cool. Ja, so wie ich. Hä? Hä? Äh! Autsch! Ja, man merkt vielleicht, heute bin ich ein bisschen motivierter. Das ist aber auch ganz cool, oder? Okay, gut. Ja. Alles klar. Ähm. Das Problem ist halt nur, dass ich hier nachher nicht nach unten gucken kann, weil's 2D ist. Aber hier kommen noch so ne, ähm, ja, so ne Zäune hin. Okay. Na, dann hätten wir das eigentlich. Haben wir denn noch Gläser? Da haben wir noch. Das ist ja ganz awesome. Mache ich hier erstmal nochmal. Ähm. Hm? Genau. Ich möchte mal gerne eine Umfrage starten, Leute. Ich mach ja dann, wenn das fertig ist, 20. Folge oder so. Möchte ich gerne ein anderes Minecraft Mod LP machen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr Herobrine LP sehen wollt oder das Tropic Craft Mod LP sehen wollt. Ich wär für Tropic Craft, aber ihr könnt's ja entscheiden, denn ihr seid ja die Zuschauer. Und ich bin nur ein Kacknoblappen, der irgendeine Scheiße in die Kamera redet. Obwohl, noch nicht mehr in die Kamera. Und ich bin nur ein Kacknoblappen. 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 Vielen Dank.